Nach der Behandlung fühle ich mich jetzt ausgezeichnet. Also fast wie neu geboren, würde ich sagen. Mit neuen Zähnen keine Probleme mehr. Vor der Reise zu den Interprime. Ich hätte ja nicht die Reise zu den Interprime gemacht, wenn ich keine Probleme gehabt hätte. Darum bin ich schon sehr froh, dann dort gewesen zu sein. Mein schönstes Erlebnis war, als ich das erste Provisorium im Mund hatte. Und habe gespürt, da hat sich was getan. Da habe ich jetzt wieder komplette Zähne. Und ich bin ja gleich, nachdem das erste Provisorium drin war, das Kurzzeitprovisorium, sind wir dann zum Essen gegangen. Ich hatte keine Probleme mit meinen Zähnen. Und plötzlich waren Zähne da, wo vorher keine waren. Anderen Menschen raten, das haben wir schon getan. Reisen Sie hin zu den Interprime. Lassen Sie sich dort behandeln. Sie machen die eigenen Erfahrungen. Das werden Sie schon merken, dass das positiv ist. Ich würde mich jederzeit für den Interprime entscheiden. Jawohl. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020